Papa, ich muss dir was sagen. Ich habe gehört, in der Schule diejenigen, die kein Fleisch essen, sind schwach. Du zweifelst an deine Stärke? Oder möchtest du wirklich Fleisch essen? Ich möchte Fleisch essen. Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich möchte dir das zeigen. Hier. Du kannst sehen, ein paar Kühe. Wolltest du Fleisch essen? Ja. Um Fleisch essen zu können, muss man auch töten. Ich übergebe dir die Verantwortung. Mein Sohn. Töten? Richtig. Töten. Musik Musik